Musik Moin Leute und herzlich willkommen bei Toki Malls, heute mal wieder mit einem Reisevideo. Und zwar ist heute der 25. Januar und heute ist nämlich das Vlogger und Blogger Treffen in der St. Kilien Brennerei mit Andreas Tümmler und auch Mario Rudolf, dem Master Distiller. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es werden auch einige euch bekannte Menschen auf jeden Fall dabei sein, einige Vlogger, wo ich jetzt sagen muss, bin ich jetzt nicht so vertraut, aber auch viele Vlogger sind dabei. Unter anderem zum Beispiel auch der Norman Bartel, mit dem ich hoffentlich vorher noch im Hotel, wo ich untergebracht bin mit ihm zusammen, ein kleines Video drehen kann. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen später losgefahren, als ich jetzt gedacht habe. Ein bisschen länger gebraucht. Und natürlich ist auch der Jason da. Whisky aus der Sicht eines Americanas, der da auch sehr, sehr viel organisiert hat. Großes Lob an dieser Stelle, Jason. Richtig gut gemacht. Ja, ich bin jetzt gerade losgefahren. Ich muss auf jeden Fall noch mal kurz tanken gehen. Und dann habe ich so drei Stunden Fahrt ungefähr vor mir. Es sind auf jeden Fall Shuttle unterwegs von dem Hotel, wo ich untergebracht bin, zur Brennerei. Weil ja, im Ort der Brennerei gibt es nicht genügend Zimmer. Und deswegen bin ich im Hotel, wie heißt die Stadt, Miltenberg oder sowas untergebracht. Ungefähr sieben Minuten Fahrt bis zur Brennerei. Ja, da fahre ich jetzt mal hin. Und hoffe ich, dass ich auch gut durchkomme. Die ganze Schose geht auf jeden Fall los gegen halb drei. Fangen wir erst mal an mit einer Brennereiführung. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles filme. Aber die Führung an sich, die werde ich jetzt nicht komplett filmen. Weil die gab es ja schon auf diesem Kanal hier zusammen mit Petalk. Aber ich werde euch wahrscheinlich einfach so ein paar Eindrücke aufnehmen, etc. Dann gibt es, ja, worauf ich mich sehr, sehr freue. Nach der Brennereibesichtigung fahren wir nämlich zu den Bunkern hin. Die hat St. Kilien ja umgebaut. Ist mittlerweile ein Fasslager von denen geworden. Das soll wohl sehr groß sein. Mal schauen. Bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das da im Bunker aussieht. Danach wird es auf jeden Fall noch eine kleine Fragerunde geben. Mit Mario Rudolf und Andreas Thümner. Wo wir ein paar Fragen stellen können, was uns so interessiert. Ja, dann wird gegessen. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch einfach Open-End. Fröhliches Beisammensein. Ein bisschen Zeit für Videos wird man auch haben. Ja, das kann ich noch sagen. Ja, und gegen 12 Uhr geht meine ich dann der letzte Shuttle für mich zurück zum Hotel. Problem ist nur, morgen habe ich auch noch einen Termin. Morgen ist Sonntag, aber einen privaten Termin. Da muss ich aber sehr früh losfahren. Boah. Ich war das letzte Mal, als ich bei St. Kilien war, muss ich ja auch am nächsten Morgen so viel losfahren. Ja, und morgen wird es, glaube ich, auch so halb sieben oder sechs. Mal schauen. Ich versuche es natürlich ein bisschen nach hinten zu ziehen. Ich weiß halt nicht, wie lange der Abend noch wird. Ob man danach noch was im Hotel oder sowas macht. Mal schauen. Weil es ich noch ganz vergessen habe, es wird dort auch eine exklusive Abfüllung nur für uns geben. Die wurde ja in einem Live-Tasting ausgesucht. Wenn vielleicht manche von euch auch gesehen haben, das Video und den Livestream. Und da werde ich es mir nicht nehmen lassen und werde mir wahrscheinlich auch eine Flasche holen. Vor allem, weil auch ein Teil des Erlöses gespendet wird. Ja, das war es erst mal soweit. Wollen wir jetzt mal fahren, ne? Wie gesagt, drei Stunden. Du bist ja Bescheid. Wir sehen uns in Miltenberg. Ja, schön viele Fässer. Die warten jetzt alle, gefüllt zu werden. Gerade angekommen. Schon ein paar Leute getroffen. Und auch von einer Taxifahrerin angemeckert worden. Meine Herren. Die Frage ist, dass alle so nicht stecken. Das habt ihr den zwei schon ausverkauft, habe ich gedacht. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Das geht ja noch recht schnell. Ganz gut. Ich möchte mich wieder beschweren. Nein, das blickt doch nicht. Also schön, dass ihr alle da seid, dass es geklappt hat. Wir haben heute ein schönes Programm, denke ich. Also einiges vor. Das geht jetzt auch direkt los. Lassen wir uns mal die Distille anschauen. Intensiv. Fragen stellen. Manche waren ja schon öfters da. Ihr kennt das. Hier gibt es keine. Das ist übrigens was. Da war noch niemand. Und da wird auch keiner mehr hinkommen. Oh. Das Gebiet ist Lichtjahr abgelegen. Und das ist auch nicht nur von unserem Gebiet. Aber es werden wir später mehr dazu kommen. Und von dem her ist es was Besonderes. Auf jeden Fall. Wir schauen uns die jetzt mal an. Und das wird uns sicher da spaßig. Aber wirklich was Spezielles. Und das haben wir normalerweise für Super gar nicht geöffnet. Aber hier vor Ort. Klar. Macht Fotos. Fragt. Macht Videos. Alles. Bei uns gibt es keine Verbote. Fragt alles, was ihr fragen wollt. Keine Scheu. Wir müssen bloß gucken, dass wir irgendwie ein bisschen den Zeitrahmen einhalten. Das ist bei mir meistens schwierig. Das ist nicht immer so ausufert. Aber gut. So fix sind wir jetzt auch nicht in unserem Plan. Also Führung machen wir. Wir verkosten natürlich was für eine Führung. Wir fahren hoch. Gucken uns mal unsere Lega an. Unsere Bunker. Wir haben danach eine Interviewrunde. Wir werden dann was essen. So ist es schon 19 Uhr. Wir werden dann danach noch eine Torturunde haben. Und dann werden wir auch noch ein bisschen gemütlich zusammensitzen. Wenn das ganze Programm nicht rum ist. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Wir werden dann auch noch ein bisschen gemütlich sein. Es erzeugt natürlich, erzeugt der Wald super Luft mit einer hohen Reinheit, mit mehr Sauerstoff, die man in waldlosen Gebieten findet. Das ist alles bekannt, dass es natürlich toll ist, wenn man im Wald spazieren geht und so weiter. Ja gut, aber die Fässer atmen auch Luft, logischerweise. Wir sind hier auf dem Berg, wir sind im Odenwald, hier ist außerdem nur Lützelbach-Breitenbrunn, das ist eine kleine Ortschaft mit nur ein paar hundert Einwohnern, also hier ist ziemlich wenig Luftverschmutzung am Stadt und dass es so bewaldet ist, ist eigentlich für uns nur gut, das ist nichts Negatives und die ganze Geschichte ist die, die Bunker sind mit Erde bedeckt, das sind fette Betonwände, die sind an sich natürlich schon mal sehr gut geschützt, weil das waren ja mal Munitionsbunker. Das kommt uns natürlich, ach, nicht gerade so negativ entgegen, da sind auch Blitzableiter drauf. Wir haben eine natürliche Durchlüftung, es gibt zwei Kamine am Ende, hinten links, hinten rechts und die Luft geht vorne an den zwei grauen Blechen zur Tür wieder raus. Es ist also eine natürliche Durchlüftung, sodass Winter wie Sommer immer etwas Luft durchströmen kann, der Alkohol auch ausgetragen wird, Oxidation stattfindet, Reifung stattfindet, das ein bisschen angelegt ist wie ein Darnetschwerhaus, wenn man so will. Wir sind auch nicht viel höher, wir haben drei Lagen, die wir hoch lagern und durch diese Erde, die drüber ist, durch den Wald, haben wir eigentlich eine Abschwächung. Wir haben nicht die extreme Hitze drin, wir haben aber auch nicht die extreme Kälte drin. Und das macht die Sache eigentlich relativ, sind wir wieder dabei, wieder schottisch. Aber gut, es sollte so sein und es ist für uns natürlich ein Glücksgriff, dass wir diese Läger hier in direkter Umgebung quasi gefunden haben, uns hier ausbreiten können. Und alle Verkostungen, die wir bisher haben, zeige, es reift hier auch wirklich sehr zufriedenstellend, sagen wir es mal so. Nein, 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 nein. Ja, also, ihr merkt schon, es ist nur sehr spärlich, die Elektrizität hier ausgestattet. Wir haben ja diese natürliche Durchlüftung, da geht immer ein bisschen was durch, hier gibt es keine Expo. Aber, ja, geht da nicht wirklich ein Risiko ein, deswegen ist es ziemlich dunkel. Ihr könnt euch hier bewegen, ihr könnt euch mal schauen durch. Im Endeffekt ist es das Fasslager, wie wir es um die A10 haben, wir haben hier diese Stahlstelle. Und, ja, das ist ein kleiner abgeschlossener Raum und da konzentriert sich natürlich auf dementsprechend nach hier, sie konzentriert sich hier oben und es ist schon schön hoch, wenn man hier reinlädt. Man kann sich vorstellen, dass sich was tut. Eben so schön ist da, das heißt, wir haben eine Reife. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon hochgehen, natürlich, dass wir mal was Kleines verkosten wieder und was Fassstarkes ausbreiten. Wir haben fast knapp drei Jahre alt. Noch nicht ganz im Weibels drei Jahre hinzuschauen. Oder sind 233 hier fast. Das ist ein Warn-Off-Face, ja. Das ist unser, ja, das ist unser Warn-Off-Face. Das war nur. Und das ist unser Warn-Off-Face. Musik 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 Ja, wir lassen einen Abend jetzt hier ausklingen Und das Geile ist, wir können alles probieren, was hier ist. Ich habe zum Beispiel gerade ein Whisky im Glas, den Floki, geräuchert über Schafscheiße. Und so ein bisschen riecht man es auch. So ein bisschen stallig, Tierfutter, merkwürdig. Guten Morgen, nächster Morgen schon, Abend ist leider schon vorbei. Wir haben jetzt Viertel nach sieben, bin schon wieder auf dem Weg nach Hause. Rückenwind kann ich sagen, es war ein wirklich richtig geiler Abend. Total viele liebe Menschen und richtig cool drauf. Viele Pläuschen gehalten in verschiedenen Grüppchen. Vor allem einmal natürlich die Brennereibesichtigung, die war sehr geil, muss man nochmal sagen. Die Brennblasen, die waren kurz zuvor noch in Betrieb. Deswegen war oben bei den Washbacks und bei den Brennblasen, ich glaube so gefühlt 60 Grad. Es war echt wie in einer Sauna da oben. Dann Bunkerbesichtigung, darf ich das Gelände an sich lieber nicht so zeigen, haben sie gesagt, sondern nur das Innere. Habt ihr aber gesehen. War auch sehr beeindruckend, wenn man vor allem überlegt, dass sie glaube ich mittlerweile schon sieben Stück von diesen Dingern haben. Und Andreas Tümmler meinte auch, das Ziel ist irgendwann auf jeden Fall so die 40.000, 50.000 Fässer zu haben in diesen Lagern. Schon natürlich eine beeindruckende Nummer. Ja, danach das Essen war super lecker. Und Fragerunde war auch sehr geil. War aber auch ausgemacht, nicht filmen, weil da halt jede Menge Sachen gefragt wurden. Einfach mal ohne Kamera. Ja und natürlich der Abschluss, dass jeder in die World Whisky Lounge gehen konnte und probieren konnte, was er möchte. Das war echt mega. Bekommen habe ich auch was. Was heißt bekommen? Ich habe mir gekauft den Sahnelikör, eine kleine Flasche. Den Marzipanlikör, eine kleine Flasche. Und unsere Abfüllung, den Turftail, wo eine gewisse Menge von dem Erlös gespendet wird. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Fass an sich stand auch an der Theke zum Verkosten. Da habe ich mir auch insgesamt Sprite Rams eingeschüttet. Echt heftig rauchig. Kommt da in die Nase. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, war einfach wirklich ein mega geiler Abend. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an den Jason, der das mit, also fast komplett so alleine organisiert hat. Und immer hinterher war und uns geupdatet hat auf der Facebook-Gruppe. War schon echt mega geil. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Treffen. Im Mai ist zwar noch ein Treffen, da kann ich aber nicht. Weil ich da selber Geburtstag habe und zu Hause dann feiere. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Eindruck vor dem Tag. Hat euch das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Tasting wieder einschaltet. Bei Talking Malls. Ciao. 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 Ciao.